Wir sind hier auf der Straße und wir warten auf der Scooter-Taxi. Aber wir haben mal wieder einen neuen Freund kennengelernt. Bruno! Bruno, was dachst du? Bruno ist genauso dumm wie Lutze. Checkt gar nichts. Bruno ist genauso lieb wie Lutze. Bruno, guck doch mal da in die Kamera. Hunde sind eh alle gleich. Da, die Kamera. Kollegechen. Bruno, ein bisschen fettig bist du, ja? Aber eigentlich bist du ein ganz netter Kumpel. So. Ja, Bruno haben wir heute kennengelernt. Bruno haben wir auch sehr lieb gewonnen. Aber leider werden wir Bruno wahrscheinlich nie wiedersehen. Bruno, was meinst du dazu? Wir können ihn natürlich auch nach Lea schicken. Da findest du bestimmt ein letztes Zuhause. Bruno, was meinst du? Ja, Bruno ist nicht so der gesprächigste Typ. Aber, Bruno. Immer auf der Suche nach was zu essen. Schlückchen? Schlückchen? Also, Bruno? Dann bist du mal ein bisschen locker, Junge. Bisschen steif bist du. Bruno. Bruno, Schlückchen? Ey, ich will das noch trinken. Hm? Ein bisschen? Also, Bier war Bruno auch nicht. Aber, Bruno, es war schön, dass du da warst. Ne? Ey, jetzt geht der bestimmt nicht mehr. Mach's mal gut. So. Ciao. Aus Fünnberg. Bam. Boom!